Das Besondere an dem Grill-Restaurant, das in Casino Baden-Baden ist und Casino Baden-Baden ist halt einer der schönsten Casinos der Welt. Die Geschichte hat damals angefangen 1842, es war ein Konversationshaus und das ist hier was sehr besonders macht ist, wenn man da drinnen schaut oder von hier von der Bar aus, von so einer moderne Bar in dieser Atmosphäre, eine ganz ganz andere Epoche. Die sind verschiedene Seller und jeder Saal spricht über eine andere Epoche, über einen anderen Stil. Jetzt kann man sagen, wir sind in einem kleinen Versailles. Den Trinken haben wir uns gut überlegt, was könnte man da schön machen und dann haben wir gesehen, dass es uns dieses neue Produkt, Ginger Ale Barrel, doch sehr angetan und da haben wir uns überlegt zur Zeit, dass es sehr, sehr trennt sind die frische Longdrinks und es wird immer mehr verlangt. Dann haben wir uns überlegt, ein schöner Haiball. Der Zacapa-Mint Haiball besteht aus dem Zacapa 23 Suera, aus Guatemala. Wir nehmen einen Saft von einem halben Millimeter, etwas warmen Münzebläder, Peter Angostura darf man nicht vergessen und das mixen wir dann kurz zusammen und danach wird das in einem frischen Glas serviert und aufgegossen mit dem neuen Ginger Ale Barrel von Schweppes. Die Bodenständigkeit, die wir jeden Tag bringen und das Verständnis für Gäste und die Ehrlichkeit und dass wir eine Dienstleister sind und das muss man weiter pflegen und schön, wenn wir tolle Produkte haben, aber noch schöner, wenn das Mensch zwischen uns und den Gästen doch menschlich funktioniert und dass wir ganz, ganz wichtig den Vertrauen gewinnen. Kommen Sie vorbei ins Casino Baden-Bahn in der Grill-Restaurant und dann, es lohnt sich auch in Benchstein zu gehen, Party zu machen, wenn Sie Lust Party zu machen oder Feind zu gehen, dann sind Sie richtig bei uns im Baden-Bahn-Casino. Und wir freuen uns.